So, muss ich da einen Euro hinterkloppen oder was muss ich machen? Du musst reinschreiben jetzt, was das kostet. Och, Digga. Fünf Euro. Oh, fünf. Ich war zu spät, Digga. Fünf Euro und fünfzig. Ich hab einen Fünfer gegeben. Spiel mit irgendwas? Nee, Digga. Erst mal reinkommen. Okay. Egli, lass vier. Wir machen. Okay, wie viel? Fünf Giftsabs? Was ist das denn? Was soll das hier für eine Scheiße sein? Warum hast du hier? Warte mal. Boah. 10,40 Euro. Was ist das? Per, ist ein Buch, ist ein Buch, ist ein Buch. Was kosten Bücher, Mann? Ich kenn mich aus mit Büchern. Egli, Geller bis jetzt auf der Eins. Kann man mal so auch erwähnen. Alter, ist ja auch von los, Digga. Was? Gibt mir das Buch einen neuen Schulabschluss? Was ist das? iPad für Dummies. iPad von Dummies. Geil. Oh. Was soll das sein? Was soll das sein? Ah, nee. Guck mal. Ganz wichtiger Projekte. Das lesen manche vielleicht jetzt nicht. Digga. 10 Euro. Ist okay, ist okay. Digga, was sind das aber auch für Sachen? Was ist denn das? Bitte, Digga. Ich hab einen richtig guten Call. Ist das an einem PC oder wo ist das dran? Richtig guter Call. Ja, an einem Reifen, glaube ich. Egli, du hast... Oh mein Gott, Digga. Sehr gut. Richtig. Ganz wichtig. 34 Euro? Er hat ihn wieder auf die 3 gekickt. 34 Euro? Gar kein Auftrag. Hilfe. Oh mein Gott, Digga. Aber was sind denn 10 PCs, Digga? Was labern die denn da die ganze Zeit? 10 Stück, 10 Einheiten, Mann. Ach, Piesen. Okay. Digga, ja, PCs, ne? Komm. Oh, ja, wichtig, Digga. 15 Euro. Da hat der Onkel Monty sich wieder auf die 1 geschlichen. 12,99 Euro. Vor allem, was ist das für ein Preis, Digga? 15,99 Euro. 2 Euro, Vibi. Yeee. Ja, natürlich kriegst du das bei T-B. Ja, aber er hat recht, Digga. Aber es geht um Ebay. Was ist das? 10 Euro. Das ist es. Das ist unverkauft und brandneu, Jungs. Ich hab einen guten Preis. 10 Euro. Oh mein Gott, Junge. Amar, 8,50 Euro. 8,50 Euro. Amar, was hast du denn so für ein Schnäppchen gemacht, Digga? Ich hab mal jeden Tag auf Ebay. Damit läuft er mal privat zu Hause rum. Damit kann er sich aussehen. Oh, ah. Ist die original oder nicht, Digga? Bruder, das ist Schwanz, Digga. Digga, aber das kann er jetzt. Das kann jetzt so ein Duster sein. Das kann alles sein. Das kann, ich hab eine Idee, aber. Ich hab was? 12 Euro und da bin ich da. Und da bin ich da. Und da bin ich da. Gib mir ein paar Punkte. Gib mir ein paar Punkte. Das ist doch echt. Das ist die geilste in Istanbul, Alter. Keiner von uns hat einen Punkt gemacht. Doch, ich hab 400 Punkte gemacht. Im Übrigen, wir haben auch einen Joker, ne? Also jeder hat einen Joker, da wird der Preis für uns komplett erraten. Echt? Joker. Ja, 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 ja. Ja, aber was ist das für... Eine Karte, Digga? Ja, aber welche? Ja, Digga, das ist eine ganz alte, Bruder. Die ist ganz günstig. Glaube ich auch, Digga. Oh mein Gott. Ach man, Eli. Und da benutze ich die nochmal. Ja, ich hab die Joker schon verbraucht. Das ist scheißegal. Und da benutze ich die nochmal. Das kann alles sein. Das war gut. Das waren gute Punkte. Was soll denn das sein? Das ist eine Elgato. Digga, das ist safe so teuer, ne? Bitte, 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 komm. Gönn mir Punkte, gönn mir Punkte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ganz, ganz. Ach, wie lieb er, Digga. Ja, ich bin ja schlecht, ey. Was ist das denn? Ich lieb wie 40. Was ist das denn? Was ist das? Super Mikro CSE. Ja, kennst du die nicht? Das ist ein PC. Oh mein Gott. So, das ist der Call. Ich frage jetzt, was da drin ist. Verkrankt. Okay, ja. Oh, ist doch okay, Digga. Tausend, Digga, wie kann das denn? Digga, es ist unglaublich. Und es verkauft sogar. Es ist unglaublich. Ist das ein Bild oder das Ganze ist ein Bild? Ja, es ist ein Bild. Zustand und verkauft. Das ist die ganze Anlage. Komm, gönn. Ich hab zu viel. Oh mein Gott, Digga. Digga, es ist sehr bodenlos, Alter. Steil. Warum stellt man das rein? Oh, oh. Warte. Gib uns mal ein paar Insider. Ja, mit Star Wars, Digga. Ich hab's. Boah, verkauft. Oh mein Gott. Ja, 500 Euro. 500 Euro. Digga, 500 Euro. Ich sag, das ist ein Sammlerstück oder so. Ist ja eben. Digga, 500 Euro, er ist ja voll im VGH-Film. Der Indie und sich. Warum haben die jetzt Punkte bekommen? Und die sind nicht. Ein Sammlerstück. Aber weit weg von der Realität, Digga. Ich sag, das wäre ein Sammlerstück, Chad. Und ich hatte auch meinen Joker-Chat. Aber hast du schon deinen genutzt? Oh ja, gut. Auf keinen Fall. Digga, ihr seid alle voll abgehoben. Ihr kennt diese ganzen Preise gar nicht. Warum? 10er ist voll gut für mich, Digga. 7,99 Euro. Hä? Ist voll gut. Kann doch kommen. Zustand brandneu. Unverkauft Lampe. Oh. Oh. Okay, was ist das für einer? Da kenn ich mich gut aus. Ich hab's hundertprozentig. Ich auch. Das ist ein Standardpreis. Oh. Ja, GK, Jungs. Guck mal. Ja, ja, 499. Das ist noch eins. Oh, die kostet was. Was ist das? Was ist das? Das ist die GTX 560 Ti, Jungs. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Grafikkarte. Grafikkarte. Oh. Oh. Mein Gott. Oh. 1.300. Richtig. Ja, Digga, krass. Und, Digga, lass uns die Hand schütteln, Bruder. Ja, erster und zweiter teile ich mir gerne mit dir. Willi, das sind 5, ne? Das sind weitere 5, die aufs Konto gehen. Kenn ich mich aus. Kenn ich mich tatsächlich. Wow, wie sehen wir denn sowas aus? Kenn ich mich tatsächlich mit aus. Brandneues Teil. Ja. Oh, Schmanz, Digga. Oh, super. Oh. Oh, 699 stehen an dem Schmitt. Ja, Eis voll und kommen noch 10 weniger. 699 nehme ich mit. Ich mach Meter, ich mach Meter. Ist das eine Decke? Ja. Das ist, ist das Pet-Bezug. Hab ich erst ein Litzens neu geholt. Kenn ich auch. Diese Scheiße wird doch niemand haben. Oh, was? Arsch, Bruder. Digga, 55 Euro ist das respektlos. Wie viel teuer das ist? Machen wir wieder um 5, Vinny. Machen wir wieder um 5. Ja, 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 ja. Wir machen alle um 5. Alle um 5. Was? Jetzt erst? Okay. Ja, ja, ja. Amar als Weltmeister hier, Regie. Oh, unverkauft, Dungs. So ein kleiner Camper. Muss doch so. Weiß ich nicht, Digga. Oh mein Gott, aber gut, wichtig. Ja, trotzdem. 10.000, das Ding kostet 5.000. Digga, Amar 2.500, Bruder, hallo. Digga, dafür kriegst du die Felgen. Bruder, was für... Oh, okay, 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 okay. Der hat Mund im Schrank. Der hat er wirklich im Schrank. Wie viel kosten neu so viel? Dann müssten die gebraucht, Bruder. Das ist, glaube ich, ich habe so falsch. Oh mein Gott. Ja. Er hat wirklich genau... Er hat sich wirklich im Schrank. Digga, er hat... Er hat sich wirklich im Schrank. Da ist schon hoch. Das sage ich nicht, Mann. Die haben scheiß Schnitt. Aber es ist hier ein enges Ding. Es ist ein knappes Ding. Was soll das sein? Oh. Ne, was ist das? Den Glückstreffer, den brauche ich jetzt. Ich habe viel zu wenig. Oh mein Gott, Amar mit Joker, der Schwanz, Digga. So eine Mogelpackung von dem Hund. 14,99. Oh. Sieht aber... Sieht aber... Oh Gott. Digga, wer kaufen wie scheiße. Ich habe es. Garantiert. Garantiert. Digga. Alter, will ich. Wie die, Digga. 99 Cent. Wer kauft was bei Ebay für 99 Cent, Digga. Digga, das ist echt respektlos. 1,17 Euro. Leck. 99. Und was soll das hier sein? Sind das Tampons? Ja, das sind Tampons. Ist sogar verkauft. Vielleicht ist sogar gebraucht, wenn du es noch kaufen willst, Digga. Oh, leck mich am Arsch, Digga. Neh mich mit. Neh mich mit. 9 Euro, leck mich am Arsch. Digga, das sind Eggplane, Hasegawa, Flanker, D. Ja, achso. Danke, der Bruder wusste ich gar nicht. Oh, jetzt eigentlich. Die kennst du am besten, Monster, Digga. Die kennst du wirklich gut. Mal aus dem Malta wurde auch. Also genau das Ding. Gebraucht und verkauft. So. Die Hälfte weg. Und jetzt, Jungs, guckt euch das an. Kein Problem, habe ich. Ich habe es auch. Was? Willi, nicht schlecht, Digga. Hä? Moment, du hast doch. Digga, 1900 Euro? Ja, weil wir beide Punkte gemacht haben, deswegen ja. Digga, 2000 für den Schmutz, Alter. Oh, was? Für was ist das? Das ist eine Falle. Für was ist das? Brandneu, unverkauft. Willi, das sind die Dinger von angenommen Nintendo Switch. Die Dinger kosten einzeln nochmal so viel. Ich glaube auch, das ist übel teuer. Ich habe es. Oh, das ist so lächerlich. Hä? Ich habe doch abgegeben. Willi, gar nichts eingetragen. Ich habe doch abgegeben. Ich habe abgegeben. 39 Euro habe ich eingetippt. Oh, die sind nicht. Aber ist von Fujitsu oder so, ne? Ja, aber ein kleines Objektiv, Digga, ist kostet nicht viel. Und das sage ich. Komm, Bruder, gönn. Gebt er mir jetzt. Gebt er mir jetzt. Ey, ich kann nicht mehr. Achso, doch. Digga. Ja, aber ich war bei 200, glaube ich, Anfangs. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt Meter machen, Alter. Kommt, wir fahren. Ich muss auch Meter machen. Das ist so unnötig. Ja, aber ich weiß, das ist so ein Ikea-Teil. Da müsste es eigentlich hier. Da müsste es das sein. Oh. Aha. Ja, clever. Ja, okay, nehme ich an mit. 9 Euro, super geschätzt. Die 800 Punkte nehme ich mit. Oh, für Montes Puller? Ja. Eher für deine Körpergröße. Oh. Der Puller war besser. Ich meine, das müssen wir. Bruder, hast du mal gesehen, wie viele Zentimeter das sind? Hallo, für meinen Puller wäre ich stolz drauf, Digga. Was soll ich? Puller ein bisschen. Sieben. Nein, ich habe schon wieder nicht. Ich wollte sieben eingeben. Ich habe sieben. Und da haben wir Ili erst mal überholt für den Spruch mit dem Puller, Digga. Digga, ich habe sieben eingegeben. Ich schwöre es euch. Ich habe sieben Euro. Ich habe null anscheinend eingegeben. Bruder, du musst aufs Timing oben achten. Ach, Bruder. Kass, Bruder. Verkauft. Verkauft. Welcher Kackspass die Wurz hat. Die ist komplett dreckig auch noch. Das ist aber eine Oldschool. Ja, Mann, bitte Oldschool. Ja, ja, ist Oldschool. Bruder, die ist alt. Die ist alt. Ein Sammlerstück. Oh mein Gott, Digga. 41 Euro, Bruder. Da macht er wieder die Meta. 41 Euro. Was ist das hier? Was soll das sein? Weiß ich ganz genau. Auf einen Euro genau. Ich kann dir aber nicht sagen, was das ist. Das ist kaputt. Oh mein Gott, wichtig. Ganz wichtig. Da macht er sich auf den zweiten nach oben, Digga. 54. Was? Mal plötzlich auf der Vier, ne? Ich muss jetzt hier so ein Brett raushauen. Ich muss so ein Brett raushauen. Oh, ist das ein Fernseher? Nee, das ist ein Bild. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein Trojaner. Komm, bitte, bitte, bitte. Bring mich auf die Eins. Sein Fernseher. Gib mir mal die Hand. Oh ja. Es ist ein Fernseher. Es ist ein Fernseher. Das musst du wissen. Es ist ein Fernseher. Ich war mir nicht sicher. Willi hat gewonnen, Jungs. Willi hat gewonnen. Das Ding ist durch. Nee, nee. Wenn ich jetzt den perfekten und der rein schaß, nicht. Was ist das hier? Digga, keine Ahnung, Mann. Oh, krass. Es ist, nee, das ist, das ist, das ist, das ist, das hier. Das ist das hier. Montel, es ist teuer. Es ist Montel, es ist teuer. Es ist... Du laberst scheiße, Digga. Oh, schade. 27, 8. Okay, ey, aber mit dem zweiten bin ich ganz zufrieden. Amar als Weltmeister mit ein bisschen Druck auf die Schultern. Eli, wie gewohnt. Dritter. Zweimal Dritter ist okay. Willi wieder minus 5, Chat. Die von Montel, wirst du nicht sehen. Wollen wir noch eine Runde machen, Jungs? Okay, komm. Digga, was ist das denn für eine Scheiße, Digga? Guck mal, jetzt. Das sind Kinder, das ist... Was für Kinder? Kinder ist immer teuer. Ja, Kinder ist teuer. Na, die Scheiße, Digga. Sehr gut. 9, Willi, 9,99 Euro. Eli, 39, der Typ, Digga. Ja, Digga, ich weiß nicht. Kinder, Kinder irgendwas. Weiß ich nicht. Kostüme, Kinderset, ne, Pfirsich, Pfirsich. Da stand Pfirsich, war nicht mal Pfirsich. Ich kenn mich mit Socken aus. Ja, da hat sich jemand gegönnt, ne? Das sind so spezielle Socken, oder? Ich kenn mich mit Socken aus, ich kenn mich mit Socken aus. Oh, Juuuuh. Digga, 10 Euro, Digga, was ist das denn? Ich glaub, das sind diese Socken, die tragen wir auch beim Fußball, dass man nicht rutscht, wisst ihr? Ach, ich bin letzter, ich bin letzter. Ja, nur du spielst Fußball, Schwarz. Nee, jeder spielt Fußball. Okay, jetzt mach ich, jetzt bin ich der... Okay, danke. Oh mein Gott, GeForce, Bruder. Geiz ist krank, teuer. Das ist ne alte. Das ist ne alte, das sehe ich auch. Aber ist unverkauft. Das ist ne alte, das sehe ich auch. Ja. Ja. Gut, gut, gut. Richtig, richtig. Plus 900, und die nehm ich mit. 1.499, Willi, Digga, auch wieder in eine andere Bandung, der ist am unterwegs. Die sagt doch, Technik, keine Ahnung. Dem echten Leben ja auch. Aber Eli immer helfen wollen. Digga, die macht das. Gebraucht. Wer kauft. Komm schon, komm schon. Ach du Scheiße. 1 Euro. 45. Digga, wer kauft das denn? Es ist kaputt, oder was? Digga, 1 Euro, Schwanz, Alter. Schwanz. Bitte, Junge. Wie kommst du auf die Idee, das überhaupt reinzustellen? Und dann auch noch Versandkosten und sowas, ne? Digga. Was sind das, ah, okay, ich weiß. Was ist das, was ist das? Das wird so Leute, die Sport machen. Ah, so, ja, okay. Moment, bitte, kein, nicht traurig sein. Habs, GG ist rein. Oh ja, 14 Euro. Schwanz, Alter. Die 160 Punkte. Bruder, hallo, kein Sport, kein Wissen. Ist das ein scheiß Spielzeug? Ne, das ist so ein... Ich weiß es. Vom Auto. Nee, vom Mountainbike. Habs, GG rein, Habs. Oh mein Gott, was? Digga, es ist ja respektlos. 252 Euro. Die Tabs, Digga, ja, eh wie 9 Euro, Digga. Hat so den Freestyle gerade gemacht, ja. 252 Euro kostet das Ding. Digga, 9 Euro, Alter. Ich dachte, das wäre ein Spielzeug, Digga. Das kostet ein Plastiküberzug. Ich dachte, das wäre ein Spielzeug. Mit schneller Lieferung, Jungs. Tja, das heißt, Amson Primes kosten was. Ja! Richtig, ja. Auf die 1, Digga. Ich werde nicht letzter. Kleine Wette, um 10 Subs noch. Ob ich letzter werde? Ja, als du vor mir bist noch. Okay, okay. Modisch. Oh, das sind Brillanten. Das sind Brillanten. Oh, geil. Geil, Willi. Arsch, Alter. Illi. Was? Bruder, du hast mich mit deiner Scheiße angesteckt, Alter. 40 Euro, Digga. Digga, das erkennt man doch. Die Silvia von Swarovski. Oh, okay, okay. Oh, scheiße. Die haben sogar einen Ständer. Unverkauft gebraucht. Habs. Wenn das jetzt nicht richtig ist. Ja. Oh, geil. Okay, 200 Punkte. Digga, das ist ja komplett auseinander. Guck mal unten links, da fällt es doch auseinander, das Ding. Was soll denn das sein für ne Scheiße? Das ist ne Keksdose. Das ist ne Keksdose. Safe, oder? Ja, MS und Food, das ist irgendeine Dose. Ja, Bruder, 30 Euro. Digga, Jungs. Oh, Montel, clever, um vor Indi zu sein, Digga. Ja, vor allen Dingen, ich wusste, hatte überhaupt keine Ahnung. Ja, aber guck mal, ich hab 100 Punkte mitgenommen, die nehm ich mit. Ja, aber wer kauft denn das für? Nehme ich mit. Unverkauft gebraucht. Sicheres Ding, orientiert euch bei mir. Oh, wie dumm. Habs. Habs. GG rein. Scheiße, Mann, Alter. Wie ließ es, Mann? Aber Eli ganz weit hinten, aber er hat noch nen Joker. Ich hab noch nen Joker und ich nehm mir ein paar Punkte mit. Digga, was soll denn das sein? Ne Blube, oder? Hab. Oh mein Gott. 3,22. Also, Bruder. Ja, und dann plötzlich auf der 2. Was ist denn das? Sam. Okay, ja, moin. Digga, was ist das für ne Scheiße, Alter? Ich hab's auf den Punkt genommen. Ich auch. Okay. Nein. Ja, und beide mit nen Joker. Und das war ganz wichtig, denn da hab ich die restliche Punkte gemacht ohne Joker. Oh mein Gott. Ganz wichtig. Oh. Das weiß ich, Digga. Boah, Digga. Das ist halt, Bruder, ganz stark. Hab. Aha. 10 Euro. Oh, Montana Black. Plötzlich zählst du da mal, ne? Montana Black ruhig bleiben. Versiegelt sind die sogar, die Dinger. Montana Black ruhig bleiben. Das weiß, Willi. Hab. Ja, nee. Ja, Bruder. Ich hab's, glaub ich. Ich auch relativ sicher, zu 98%. Ja, das ist eins zu eins. Ja, Willi. Und dann zieh ich an ihn vorbei. Und dann zieh ich an Marcel vorbei. Das war's, Digga. Das war's, Alter. Weil ich hier gestruggelt hab, weil die scheiße Kacke eingestellt ist, Mann. Und dann komm ich da vorbei. Er muss jetzt eine Null machen und ich muss perfekt machen, Digga. Du musst schon sehr gut placen. Aber du musst auch eine Null machen. Ich mach keine Null. Oh, oh, Eli, bist du doch bereit? Bist du doch bereit, Eli? Ich mach jetzt einen perfekten, Bruder. Und Eli macht Schwanz. Übel toll. Bitte. Ich bin perfekt. Bitte. Oh, 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 oh. In die Fresse. In die Fresse gespuckt. Oh, Digga. Willi. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Ja, okay. Fünf. Und Monte ganz unten wie seine Ehre. Ganz von einem Boden. Ja. Aua. Aua. Trümmerbruch, Trümmerbruch, Trümmerbruch. Ey, Jungs, ich werd mich verabschieden. Ich werd noch ein paar Sachen erledigen und mach Feierabend. Goats, 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 Goats. Goats, Goats. Ciao, 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 ciao. Das war gut. Everything has changed. Every day. 24-7 you call my name. And I will come running. Yeah, every day. 24-7. Yeah, every day. I will come running, babe. I'll come running. Okay. Aye. Bye.